Ja, guten Morgen liebe YouTuber, Herr Bauer Hause startet schon vor der Nacht Lissach, um meine Frau Gäste dort abzuführen. Es ist jetzt halb sechs, morgen, ja wohl. Ja, guten Morgen. Rau geht es dir abgeladen. Ja, hat nicht ganz gereicht, ich war zu optimistisch, auf die Hektare hat es 4,4 Tonnen gegeben, nichtfalls, leider.